Falls ihr schon mal was von sogenannten Frames Per Second, kurz FPS, gehört habt und nicht ganz sicher seid, was das genau ist, dann seid ihr bei diesem Video genau richtig. Hey, ich bin's Martin und das ist meine Zusammenfassung zu den Bildwiederholraten. Die Bezeichnung Frames Per Second heißt übersetzt so viel wie Bilder pro Sekunde. Die FPS geben also an, wie viele Bilder ein Video oder ein Film pro Sekunde zeigt. Eine ausreichend hohe Bildwiederholrate ist dafür verantwortlich, dass wir ein flüssiges Bild in einem Video haben. Schaut man sich schrittweise an, wie flüssig 10, 12 oder 15 Bilder pro Sekunde für das menschliche Auge aussehen, dann fällt auf, dass die Bewegung erst ab einer sogenannten Frame Rate von ca. 24 Bildern pro Sekunde beginnt flüssig auszusehen. Blickt man dann auf höhere Bildwiederholraten, wie 30, 50 oder gar 60 FPS, dann wird schnell klar, dass diese noch viel flüssiger und klarer aussehen. Zum Veranschaulichen der verschiedenen Wirkungen der Wiederholraten ist dieses Video in der auf YouTube maximalen 60 FPS-Rate hochgeladen. Wollt ihr also verstehen, was ich genau ausdrücken möchte, dann schaltet die Auflösung am besten mindestens auf 720p 60 FPS. Die meisten Kinofilme und Videos laufen normalerweise mit 24 Bildern pro Sekunde. Viele werden sich jetzt zu Recht fragen, warum nutzt man nicht höhere Wiederholfrequenzen, die noch flüssiger aussehen? Nun ja, um diese Frage zu beantworten, müssen wir auf die Anfänge des Kinos zurückblicken. Im anfänglichen 20. Jahrhundert gab es noch keine Filmtechnik, wie wir sie heute kennen. Kameras arbeiteten mit analogen Filmrollen, also mit lichtempfindlichen Filmstreifen. Preise für diese Filmrollen waren nicht sehr günstig und daher war es praktisch, möglichst wenig Filmband pro Sekunde zu verbrauchen. Mit der Zeit stellte sich eine Frame Rate von ca. 24 Bildern pro Sekunde als der geringste Standard heraus, der den Menschen als flüssig erschien und mit der Zeit pendelte sich die 24 FPS Wiederholfrequenz auch als hauptsächlich genutzte Bildwiederholrate ein. Die meisten Kinofilme, die 24 Bilder pro Sekunde nutzen, machen das heutzutage also nicht, weil es nicht anders gehen würde, sondern weil diese Bildwiederholfrequenz mit der Zeit ein Standard geworden ist, der ehrlich gesagt auch nicht wirklich schlecht aussieht. Durch den technologischen Fortschritt begannen sich mit der Zeit, Fernsehgeräte in Haushalten überall auf der Erde zu verbreiten. Um Filme und Sendungen zu sehen, war es nicht mehr nötig Geld für eine Kinokarte auszugeben und die großen Filmstars konnte man einfach bei sich im Wohnzimmer bewundern. In nordamerikanischen Ländern wie den USA oder Mexiko begann sich eine Rate von rund 30 Bildern pro Sekunde durchzusetzen. Den Bildfrequenzstandard der Länder mit 30 FPS oder einem Vielfachen davon, z.B. 60 FPS, nennt man auch NTSC. In vielen anderen Regionen der Erde, z.B. in Afrika, Australien, Südamerika oder Europa, setzte sich größtenteils der PAL-Standard durch. Er arbeitet mit 25 Bildern pro Sekunde bzw. mit einem Vielfachen davon wie z.B. 50 FPS. Obwohl Fernseher mittlerweile schon lang nicht mehr analog, sondern digital funktionieren, bestehen der NTSC und PAL-Standard immer noch. Digitale Fernsehgeräte, wie wir sie heute besitzen, können normalerweise Inhalte in verschiedenen Bildwiederholraten abspielen und dabei ist es egal, ob es sich um 24, 25, 30, 50 oder sogar 60 Bilder pro Sekunde handelt. YouTube-Videos auf meinem Kanal, ausgenommen von diesem hier, laufen auf euren Geräten normalerweise mit einer Framerate von 30 Bildern pro Sekunde. Meiner Meinung nach sieht der Stil von 30-FPS-Videos am besten aus. Die Videos sind nicht zu ruckelig, aber auch nicht übernatürlich flüssig. Außerdem fressen 30 Bilder pro Sekunde ebenso wie 24FPS weniger Speicher als 50 oder 60FPS-Videos. Nichtsdestotrotz haben auch diese letzten zwei Wiederholraten trotzdem eine gute Daseinsberechtigung. Beispielsweise Videospiele erfordern schnelle Reaktionen und je mehr Informationen in einer Sekunde erkennbar sind, desto besser lässt es sich natürlich auf das Spielgeschehen reagieren. Und auch einige YouTube-Videos sind mit 50 oder 60 Bildern hochgeladen. Diese Videos können dann natürlich mehr Bildinformationen pro Sekunde liefern und das Bild kann dann auch sehr detailreich wirken. So, und was kann ich jetzt zusammenfassend zu den Bildwiederholraten sagen? Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, gibt es eine Menge von ihnen. Die wohl populärsten sind 24, 25, 30, 50 und 60FPS. Es gibt aber auch noch Wiederholraten, die mitten dazwischen liegen, wie beispielsweise 48FPS. Alle sorgen für einen etwas anderen, eigenen Stil und jede Frequenz hat eine etwas eigene, andere Wirkung. Kinofilme bringen es zumeist auf 24 Bilder pro Sekunde, YouTube-Videos gibt es in fast allen Varianten und Videospiele versuchen meist die höchste Bildwiederholrate zu liefern, die möglich ist. Somit können Videospiele den Spielenden also ein möglichst flüssiges Erlebnis bieten. Ich möchte noch gerne dazu sagen, dass es für die Bildgestaltung vielleicht nicht unbedingt sehr wichtig ist, was man für eine Wiederholrate benutzt, da die meisten Leute eh eher auf den Inhalt gucken. Falls ihr also gerade am überlegen seid, welche Bildwiederholrate ihr in eurem Video verwenden sollt, dann kann ich euch sagen, verwendet auf jeden Fall eine etwas flüssigere, also nicht 15FPS oder sowas, denn das kann dann schon echt unangenehm fürs Auge sein. Aber ich würde sagen, Bildwiederholraten sind nicht das Wichtigste. Stattdessen würde ich euch lieber empfehlen, auf einen guten Inhalt und auch auf einen guten Ton in euren Videos zu setzen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis bald! Tschüss! 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 Tschüss!